Das Dezember-Gewinnspiel ist am Start und ich verlose eine PS5. Das Gewinnspiel findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. In jedem Video ist ein Code versteckt, der dir noch einmal 10 extra Teilnahmen ermöglicht. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde Assassin's Creed Valor. Und wir haben noch einen Brief bekommen, den von Zunifa lesen wir, würde ich sagen. Da gucken wir direkt rein. Evo, die Götter haben uns verflucht. Eine sächsische Abtissin namens Ruhelfilda ist in einem kleinen Dorf am westlichen Rand East Englanders aufgetaucht und verbreitet Geschichten über ein schreckliches Ungeheuer. Ich habe dieses Biest zwar nie gesehen, doch sie behauptet, es wandere über das Land und töte Vieh. Die Abtissin möchte der Gefahr ein Ende setzen, doch fehlt ihr die Fähigkeit, einen echten Trauge der Unterwelt zu bekämpfen. Wir haben hier eine Gelegenheit, Ruhm für unseren Clan zu erringen. Let's go! Da müssen wir wohin? Ein Biest aus der Unterwelt, 2000 Meter weit weg. Wir gucken mal, ob eine Schnellreise zumindest in die Nähe von da möglich ist. Hier. Das ist die nächste Schnellreise. Die machen wir dann schnell. Weil, ja, sonst sind wir ewig unterwegs. Ewig und drei Tage. Ich gucke mal gerade, legt mein Handy auf? Nein, natürlich nicht. Es hat einen Wackelkontakt. Jetzt lädt es zumindest, aber langsam. So, wir müssen noch ein paar Meter, um genau zu sein 900. Deswegen lenken wir jetzt einmal hier rum. Und segeln dann hier weiter. Ein gutes Stückchen. So. Dann kommen wir auch schneller voran. Wir wechseln mal zu Geschichten. Ich kannte einen verrückten Mann in der Welt, den wir anfingen, Ruhm den Ramscher zu nennen, weil er extra sammelt hat. 20 Jahre lang sammelt er sich in der Welt. 20 Jahre lang sammelt er sich in der Welt. Nicht einen Tag verbrachte er in der Schlacht, doch er schwor bei Thor, dass es geschehen würde. In seinem 31. Jahr, nach zu viel Aile, verführte Ruhm die Frau eines anderen. Dieser Mann forderte Ruhm zu einem Holmgang heraus. Ruhm nahm den Holmgang an und am vereinbarten Tag bereitet er zwölf seiner Extrasse. Die Rache ist unser! Was ist denn hier los? Schnappt euch die feige Sau! Die träumen auch davon, die können nicht schon, ne? Segel runter! Wir setzen hier mal an Land. Da hinten war auch Padimadi. Hier vorne ist wahrscheinlich die Hütte. Ich vermute einfach mal, dass ist die. Oder eine der anderen hier. Okay, das ist ein Stall. Hier gibt es ein bisschen Loot aber. Hier sind tote Tiere, wahrscheinlich. Okay, hier ist sie. Let's go. Weiß ich nicht. Nix. Sieht, da ist so ein Dänen in Abschaum. Fragen wir doch nach. Die sind nett. Ich habe deine Herde nicht angerührt. Was, ich kann nicht mal ausweichen. Für Bauern und Landvolk schlagen sie ziemlich hart zu. Okay, alles gut gepasst. Wie ist dein Name? Eivor. Vom Rabenclan in Mercier. Ich hätte verlieren sollen sogar. Äbtissin von Beretschingum und Erforscherin der Mysterien. Ich frage mich, ob wir aus dem selben Grund hier sind. Ja. Vielleicht. Um des Teufels Werk zu erblicken. Doch warum sollten sich Dänen von Fluss aufwärts darum scheren, was sächsischen Bauern zustößt? Wenn ein tollwütiger Wolf oder Bär Jagd macht, werde ich ihn erlegen. Sonst gibt man die Schuld für diese Gräueltaten wieder den Meinen. Wohlabend, Eivor vom Rabenclan. Sieh dir die Opfer an und sage mir, welche Art Bestie dafür verantwortlich ist. So, wir müssen uns die Opfer angucken, dass wir hier... Ich könnte mit den toten Kühen beginnen. Hm. Ob die was weiß? Was stieß diesem armen Tier zu? Dänen stießen ihm zu. Wie kannst du sicher sein? Es war Chotkas Kriegsbande. Sie hausen in dieser alten Kirche und bringen uns nur Schrecken und Leid. Dänen töten für Fleisch oder um den Göttern zu opfern. Milchkühe zählen nicht gerade zu ihren Zielen. Hm. Also, die hat keine Ahnung. Bissspuren. Doch von keinem Tier, das mir bekannt ist. Und der Kadaver ist mit seltsamem Moder bedeckt. Obwohl die Wunden frisch sind. Hm. Hm-hm. Hm-hm. Blut. Und es ist noch frisch. Wohin führt die Spur? Wo ist denn Blut? Ich sehe keine Blutspur. Ein Jötun war es. Ich hab's gesehen. Er war große Teile und fangte durch das Moor. Es gibt keine Riesen. Das war der Teufel, der seinen zehnten Eintrieb. Ach, die hier oben reden. Die wissen bestimmt mehr. Ihr seid ja tapfer, dass ihr euch so nah herantraut. Ich hab's gesehen. Dränger, wirklich. In der Nacht, als es geschah. Alles. Was hast du gesehen? Ein Wolf? Ein Bären? Ein tollwütigen Hund vielleicht? Ein Jötun war es. Er war so groß wie ein Baum und er lachte, während er das Tier zerriss. Was ist ein Jötun? Er hat seinen Namen geschrien. Grendel. Grendel. Jetzt die Frage natürlich. Wo finde ich Grendel? Ich muss nochmal hier gucken wohl. Hm. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Was kann ich noch durchsuchen? Das ist schon wieder zu weit weg. Da klauen wir erstmal Essen. So kennen wir mich. Ich muss ja wahrscheinlich dieser Dingsspur folgen. Dieser Blutspur, die ich nicht gesehen hab. Hier ist Blut, aber das ist am Tier. Ist hier irgendwo auf dem Boden Blut? Wofür sind meine Grafik-Settings wahrscheinlich einfach zu schlecht? Ballern wir die doch mal hoch, oder? Spiel neu starten? Schade. Will ich jetzt nicht. Hier sind Blutspuren. Hier hoch. Okay. Nee, nee. Wer es auch war, hatte genug Kraft, um einen zerfleischten Tierkadaver auf ein Dach zu bringen. Ja, das Ding will nicht 300 oder 400 Kilo. Aber das kleine Weltzart des Wiesn wäre ein Riesen und hätte sich selbst Grendel genannt. Dies könnte das Werk einer Bande betrunkener Dänen sein. Ich sollte diese Hinweise mit Wolfhilder besprechen. Okay. Wolfhilder, ich habe alles, was ich konnte, von den Dorfbewohnern in Erfahrung gebracht. Und den toten Tieren. Und wie liest du dieses Mysterium? Glaubst du immer noch, es wäre ein Wolf oder wehen? Ja. Das ist nicht das Werk eines Waldtieres. Die Bissspuren, der Moder. Sehr seltsam. Dann siehst du es auch als Werk des Teufels. Oder ist einer eurer Holzdrachen zum Leben erwacht? Ein paar zerfleischte Tiere beweisen weder Teufel noch Drachen. Es muss ein Mensch sein. Oder mehrere. Das Mädchen erwähnte einen Grendel. Nein. Keine sterbliche Hand könnte Fleisch auf diese Art zerreißen. Das erkennst du sicher auch. Ich sah, was Menschenhände anrichten können. Blutiger als das hier. Und diese Menschen durchstreifen die Nacht und töten dabei das Vieh. Ich gebe zu. Das kann ich nicht erklären. Dreimal fanden diese Angriffe statt. Jedes Mal Bissspuren, gebrochene Knochen und dieser seltsame Moder. Etwas Böses geht den Erstengler um. Einige Tiere wurden in den Wäldern im Nordosten angegriffen. Gehen wir. Okay, Freunde. Ein Biest aus der Unterwelt abgeschlossen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.